Schluss mit den Lügen, Beck. Das ist nicht ideal gelaufen, aber ich hab noch einen Ass im Ärmel. Edith. Geben Sie mir einfach die Brille. Du willst die hier? Komm, hol sie dir. Komm schon, Peter Regum. Warum feuern die Drohnen nicht? Du bist in der Angriffszone. Die Chance, dass du betroffen wirst... Feuern! Alle Drohnen sollen feuern! Jetzt! Beck! Beck! Sie haben mich angelogen. Ich hab Ihnen vertraut. Ich weiß. Das ist wohl... ...das Enttäuschendste an alldem. Du bist ein guter Mensch, Peter. Was für eine Schwäche. Stark hatte recht. Du verdienst sie wirklich. Sie können mich nicht mehr täuschen. Sie können mich nicht mehr täuschen. Edith, Drohnen abschalten! Biometrische Scan abgeschlossen. Willkommen zurück, Peter. Soll ich alle Angriffsprotokolle abbrechen? Tu es! Sofort ausführen! Bestätigt. Ich habe... Das ist ein guter Mensch. Ich habe ein guter Mensch. Ich habe viel Zeit. Was für ein dummer ist. Ich habe mir noch alles. Ich habe hier. Ich habe das gemacht. Vielen Dank.